Musik Musik Ich bin jetzt noch nicht so lange da, aber bis jetzt ist es noch eher ruhig. Die Leute haben doch schon alles, die heute dran sind. Das Leid des Premierenpublikums. Bahn, Bahn, Bahn. Musik Applaus Musik Musik Vielen Dank. Musik Musik Die Premiere verläuft in Bayreuth wie gewohnt. In der Regel keine nennenswerten Störungen aufgrund der Polizeipräsenz, die hier ist. Wir sind es so gewohnt, die Abläufe sind bekannt. Die Leute kommen ja in friedlicher Absicht. Störungen in irgendwelcher Form kann ich leider nicht vermelden. Die Stimmung ist schon klimagelöst nach so vielen Wochen. Ich finde ja, ja, naht, aber es ist ja schon schön, dass ich das jetzt noch mit dem Abschluss gezogen habe. Und dass das Publikum auch so toll angenommen hat. Also ich hatte ja gerade Sorge, als dann bei der ersten Hitlerfahne gleich ein Buch, sogar während des Stückes, kam, dass die Leute sich nicht darauf einlassen. Aber die haben ja Gott sei Dank doch gemerkt, dass wir eine Reflexion über deutsche Geschichte in Verknüpfung mit Verknüpfung machen müssen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.